Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch. Es war einmal vor langer, langer Zeit die 80er. Fokuhila, Schulterpolster und Dreiwettertaft. Damals waren die Straßen wie leergefegt bei TV-Highlights und dazu gehörte auch Shogun von James Clavell mit Richard Chamberlain. Nun 44 Jahre später erscheint die Neuverfilmung auf Disney Star und hiermit willkommen zum Tele-Stammtisch mit der lieben Britt-Marie und mir dem Sven. Hallo. So, es geht um Shogun. Shogun erschien am 27.02. Es sind zehn Folgen. Wir haben ein pro Folge 60 Minuten und es gibt einen wöchentlichen Rhythmus. Momentan sind wir bei Folge 6, die erschienen ist. Kennst du das Buch und die 80er Vorlage? Ja, ich habe das Buch nicht gelesen, aber ich kenne die 80er Vorlage und ich entsinne mich daran, dass ich sie richtig toll fand und das hat auch so ein bisschen meine Japan-Begeisterung damals ausgelöst. Aber ich habe es tatsächlich seit den 90ern, da habe ich das das erste Mal gesehen, nicht mehr gesehen. Ich habe das einmal geschaut und fand es ganz toll im Fernsehen, damals noch. Und ja, und seitdem nicht mehr. Aber die Begeisterung hatte ich in Erinnerung, weshalb ich mich auf ein Remake gefreut habe. Okay, in den 80ern, also die kamen 82 zu uns, da war ich natürlich zu jung. Ich weiß aber auch, dass ich sie gesehen habe und dass das auch so ein, ja, wie gesagt, so ein Event war, wo die ganze Familie, egal ob es einen interessiert hat oder nicht, vor dem Fernseher Platz genommen hat und hat sich das gemeinsam angeguckt. Ich habe sie gesehen, ich kann mich aber auch tatsächlich nur noch an Richard Chamberlain in seinem Kimono erinnern. Ja, 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 ja. Es gibt so kleine Fragmente, die dann alles mal auftauchen. Das Buch habe ich tatsächlich nie gelesen, aber die Serie, ich fand sie damals, glaube ich, ganz gut, aber das hat mich jetzt nicht irgendwie großartig hinterm Ofen vorgelockt, muss ich zugeben. Was dachtest du bei der Ankündigung einer Neuverfilmung? Also zum einen muss ich gerade noch ergänzen, ich erinnere mich noch, dass ich das Ganze im Zuge, vielleicht haben wir es sogar gleich, dann ungefähr gleich gesehen, dass es gab eine große Chamberlain-Woche oder Chamberlain-Retrospektive, so eine Art, und zwar hat, und es war irgendeiner der Kabelkanäle, hat die Dornenvögel und Shogun beide hintereinander weggezeigt. Und ich weiß, dass ich die beide gesehen habe und die Dornenvögel ist ja hochdramatisch und dann eben Shogun hintendran. Das war also die große Richard Chamberlain-Geschichte. Ich bilde mir ein, vielleicht war es RTL oder so, ich irgend sowas habe ich irgendwie noch ganz vage im Hinterkopf. Und da hatten wir das damals geschaut, übrigens auch tatsächlich bei mir mit Family. Und so jung war ich dann also noch. Und dann bin ich in die Bibliothek und habe das Buch geliehen. Also ich hatte es in der Hand, aber gelesen habe ich es nie. Und, aber wie gesagt, die Begeisterung hatte ich noch in Erinnerung. Und als ich dann gehört habe, es wird ein Remake gemacht, war ich vorsichtig, fröhlich, aber schon auch sehr skeptisch. Denn das ist natürlich ein Stoff, der hochbrisant ist. Und wenn man den nicht richtig anfasst, gerade auch heutzutage, wo man, glaube ich, auf einiges aus der Originalserie zurückschauen kann und sagen kann, naja, ob das so politisch korrekt war. Da wusste ich nicht so richtig, was ich mir da erhoffen kann. Ich hatte auch ein bisschen Schiss, dass die vielleicht so ein bisschen Whitewashing getreiben. Das war ja mit Chamberlain. Die haben es für Sue in der Originalserie, das nicht zu machen. Aber hier und da war es halt doch auch schon so. Und das waren alles so Dinge, wo ich vorsichtig, skeptisch war. Und dann hatte ich natürlich auch gedacht, Mensch, das Original war eigentlich so gut. Wer weiß, ob dann ein Remake das überhaupt erreichen kann. Ja, und ich habe es sehr spät erst erfahren tatsächlich. Dadurch war Gott sei Dank dann die Wartezeit zwischen dem Oh mein Gott, es wird ein Remake geben zu Ja, jetzt startet es schon. Gar nicht so lang. Ja, ich muss sagen, Als ich das erste Mal davon gehört habe, dachte ich, ja, okay. Und habe es dann aber auch wieder beiseite gewischt. Und immer so im Laufe bekam ich immer mehr Bilder. Und dann hast du gesehen, der Cast. Und dann dachte ich, oh, okay. Das könnte doch richtig was werden. Und wurde dann aber auch immer heißer. Und als ich den ersten Trailer gesehen habe, habe ich gesagt, okay, gut, das muss ich gucken. Genau, 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 genau. Der erste Trailer war auch so mein, oh mein Gott, es wird gut werden. Also ich hatte immer so gezittert ein bisschen und dann kam dieser erste Trailer und ich war richtig gehypt dann. Und wie gesagt, ich musste dann Gott sei Dank gar nicht mehr so lange warten, bis es dann eben auch auf Disney Plus losgegangen ist. Wobei das Ganze ja wohl schon viel, viel länger in der Planung war. Und da muss ich jetzt im Nachhinein sagen, Gott sei Dank habe ich das nicht mitbekommen, weil ich glaube, ich wäre wahnsinnig geworden, wenn ich so lange hätte warten müssen. Also 2018 ging es wohl schon los, dass der Fernsehsender FX eben gesagt hat, wir wollen ein Remake machen. Dann fingen die Dreharbeiten 2019 an in Japan und in Großbritannien. Und lustigerweise fand dann in dieser Prüfung der ersten Dreharbeiten FX eben, dass die Vorproduktion nicht den Qualitätsansprüchen entspricht, die sie sich für diese Serie vorgestellt haben. Und dann dachte ich so, okay, entweder war es richtig grottig, schlecht oder die haben extrem hohe Ansprüche. Ich glaube, anhand des Resultates können wir sagen, sie hatten hohe Ansprüche, was auch, glaube ich, der Serie sehr gut getan hat. Und haben deshalb tatsächlich die Dreharbeiten angedroht, die Dreharbeiten zu stoppen. Und es gab dann wohl offensichtlich ein Qualitätsmanagement und Überholung. Und 2020 ist dann bekannt gegeben worden, dass der eigentliche Mensch, der das Drehbuch geschrieben hat, nämlich Ronan Bennett, was ein bekannter, irischer Schriftsteller ist, der zum Beispiel auch für The Guardian oder einen Observer schreibt, also auch schon prestigeträchtige Magazin, Zeitungen in Anführungszeichen, dass der abgesprungen ist. Und ich so, oh, verdammt. Jetzt fängt das auch noch damit an zu krankeln. Weißt du, wenn dann 17.000 Leute an einem Drehbuch rumfummeln, so mit vielen Köche und der Brei und so, du weißt ja. Und dann dachte ich so, oh, naja. Und am Ende haben sie dann aber eben Justin Marks geholt, der in der Filmbranche auch nicht unbedingt ein Unbekannter ist. Und der hat dann eben das Drehbuch zu Ende geschrieben. Und 2021 dann haben sie dann eben auch die Dreharbeiten, unter anderem in Kanada und Port Moody und Ukulele. Wo ist denn Ukulele? Ah, Vancouver. Okay, auch Kanada. Also dann haben sie die Dreharbeiten in Kanada eben beendet. Ja, und das Ganze hat ein bisschen länger gedauert, als sie es geplant hatten. Aber dann konnte es quasi losgehen. Und dann hat es aber noch von 2022 bis jetzt gebraucht, mit der kompletten Nachbearbeitung und allem Drum und Dran und Nachdrehs und Nachsynchron, was nicht alles. Also meine Herren, ja. Ja, das ist schon ein Mammutprojekt. Ja, ja, ja. Naja, und worum geht es in Shogun? In Shogun geht es um John Blackthorn. Also beziehungsweise, ja, das ist schwierig, okay. Also ich würde mal grob zusammenfassen. In Shogun geht es um John Blackthorn, einen englischen Seemann, der mit einem Teil seiner Crew in Japan strandet, nachdem die Mannschaft eben von Krankheit und Schlachten und so weiter dahin gerafft wurde. Und er ist eben ein Ausländer, also offensichtlich ja weiß. Wir schreiben das Jahr 1600. Die politische Lage in Japan spitzt sich immer mehr zu. Es gibt Verwicklungen und Streitigkeiten darum, wer denn jetzt der vermeintlich neue Machthaber werden wird, nachdem der Alte verstorben ist und ein politisches Vakuum hinterlassen hat. Und in diese Intrigenspiele und Manipulationen der verschiedenen Gruppen untereinander gerät Blackthorn mehr oder minder unfreiwillig hinein und wird eben zu einem Spielball dieser ganzen politischen Auseinandersetzungen, aber gleichzeitig auch zu einem Art Werkzeug von der einen oder anderen Partei. Und man hat sozusagen auf der einen Seite die Story über die verschiedenen Leute, die versuchen, die Macht an sich zu reißen und auf der anderen Seite eben die Geschichte um Blackthorn selber und wie er das sieht, aber auch wie er eben unfreiwillig zum Spielball dieser politischen Mächte wird. Und das, denke ich, so kann man es quasi zusammenfassen. Ich finde, das klingt, wenn man das so erzählt, total langweilig. Ich würde das nicht gucken, wenn mir das so einer erzählt, sage ich dir ganz ehrlich. Weil ich auch immer so ein bisschen Probleme habe mit so politischen Serien, wo es so ganz viel um Politik und so geht. Aber es hat natürlich seinen besonderen Reiz, weil hier natürlich auch zwei komplette Kulturen aufeinandertreffen. Du hast halt die westliche Kultur, Großbritannien im 16. Jahrhundert, via versus Japan im 16. Jahrhundert. Und das sind natürlich Welten. Das ist Wahnsinn, ja. Und man schlüpft mit Blackthorn auch so ein bisschen in die Rolle des Beobachters und ist genauso wie er vielleicht von dem einen oder anderen überrascht von dieser Kultur, die so ganz anders ist als die britische Kultur, die er kennt. Und das hat auch, finde ich, einen sehr, sehr hohen Reiz. Das war schon fast ein kleines Fazit. Ja, fast. Ja, auf jeden Fall. Wie war es, als du die erste Folge, übrigens, vielen herzlichen Dank, wir haben Screener erhalten, wir durften sie schon vorab sehen. Wie war es bei dir, als du die erste Folge angemacht hast? Gab es da schon so ein wohliges, oh, da habe ich richtig Lust drauf gefühlt? Oder warst du am Anfang immer noch ein bisschen skeptisch? Ich war am Anfang immer noch ein bisschen skeptisch, aber nicht mehr so doll wie vorher, weil der Trailer hat schon sehr viel versprochen. Ich hatte ein bisschen Angst, dass sie im Trailer alles reingepackt haben, was gut ist. Weißt du, ist ja manchmal so, dass man dann denkt, äh, äh. Aber nein, es war toll. Also nach dieser ersten Folge war ich komplett überzeugt und dachte, geil, ich liebe es. Und ja, also ich war sehr begeistert. Ich finde, man hat in der ersten Folge gleich gesehen, dass da mit Liebe an den Stoff rangegangen worden ist. Es ist ein wahnsinnig hohes Produktionsniveau. Also die Ausstattung alleine, was die, also alleine schon, es ist halt 1600 in Japan mit allem, was dazugehört. Kleidung, ähm, Waffen, tägliche Gebrauchsgegenstände, auch die Orte, an denen gespielt wird. Ich meine, klar, ein Teil davon ist CGI, aber allein so ein Kostüm, wenn du einen von diesen Haarschern da eben hinstellst und die tragen diese tollen Kimonos und so weiter. Wahnsinn. Also ganz, ganz viel lieber für dieses sehr, sehr hohe Produktionsniveau. Das hat schon sehr viel Spaß gemacht alleine. Alleine das. Das fand ich auch so. Die ersten paar Minuten wirst du direkt in die Welt reingezogen. Und ich habe mich auch wirklich sofort heimisch gefühlt und habe dann auch gedacht, wow, was ist denn das für ein Aufwand gewesen? Ja. Das CGI schwächelt teilweise etwas, muss ich sagen. Ja, also bei den Städten vor allen Dingen, glaube ich, haben sie es verwendet, gell? Ja, ja, aber ich glaube deshalb, weil ja diese Städte so zum Großteil, glaube ich, nicht mehr existieren. Ja, ja, schon klar, aber du siehst es, also ich hatte so zwischendrin, dachte ich, oh, das könnte eigentlich noch, hätte da noch ein bisschen, könnte da vielleicht noch ein bisschen nacharbeiten, aber das ist auch wirklich Meckern auf absolut hohem Niveau, weil, wie du schon gesagt hast, die Kostüme, das komplette Setting, das sieht aus wie, als ob sie eine Zeitreise gemacht hätten und dort gefilmt hätten. Also das ist echt Wahnsinn, auch so diese Massenszenen, die du ja so eigentlich nur noch relativ selten hast, finde ich. Und da habe ich auch geguckt, ob mir irgendwie was aufgefallen ist, ob man vielleicht noch ein paar Manneken dazu CGI'd hat. Aber da ist mir tatsächlich jetzt nichts groß aufgefallen. Und auch die Dörfer, das sieht alles wirklich super aus und auch nicht steril, sondern es ist, wie es halt wahrscheinlich so damals auch irgendwo gewesen ist. Also die Dörfer zumindest, wenn er dann in seinem Refugium und so sitzt, da ist es mir ein bisschen zu hübsch. Ja, naja, vielleicht richtet er es sich halt heimlich ein. Nichtsdestotrotz, was ich finde auch sehr stark zur Atmosphäre beigetragen hat, zu einer Art Authentizität, zumindest für mich, der die Sprache eben nicht beherrscht, war die Tatsache, dass die Japaner alle Japanisch gesprochen haben und das Ganze untertitelt war. Das heißt, wenn gesprochen wurde Japanisch, war es untertitelt. Ich beherrsche die Sprache nicht, deswegen kann ich jetzt auch gar nicht so viel zur Sprache, zur verwendeten Sprache an sich sagen. Ja, und wenn dann eben die anderen Figuren Englisch gesprochen haben, also Jack zum Beispiel, klar, und es gab auch ein paar Portugiesen und so weiter, die teilweise Englisch, teilweise Portugiesisch gesprochen haben, aber die haben alle dann immer in ihrer eigenen Sprache gesprochen, also dann Englisch oder Portugiesisch und die Japaner immer Japanisch. Und ich finde, das hat auch wahnsinnig viel zur Authentizität irgendwie beigetragen, für mich persönlich. Und lustigerweise habe ich auch, also ich gucke die Sachen, ich gucke alles, was ich gucke, zu 90 Prozent im Original. Und ich habe eben schon zu dir vorher gesagt, ich wusste gar nicht, ob es da überhaupt eine deutsche Synchro gibt, weil ich die einfach gar nicht eingeschaltet habe. Ich bin von vornherein ins Original rein und gut war. Und ja, und die deutsche Synchro ist dann natürlich immer nur auch das, was die Engländer sprechen. Also wenn der Engländer Englisch spricht, dann spricht er halt in der deutschen Synchro Deutsch, aber die Japaner sprechen auch Japanisch mit Untertiteln. Also man hat dann tatsächlich so etwa an die 80 Prozent der Folge Untertitel, die man mitlesen muss. Das ist auch das, was viele abschreckt, habe ich gelesen. Und auch viele, mit denen ich mich so unterhalten habe und habe gesagt, das musst du dir unbedingt angucken, die dann gesagt haben, ja, ich weiß nicht, da mit den Untertiteln, das ist egal, gewöhnst du dich dran. Es ist halt, es ist wirklich viel Stoff. Also da wird... Du meinst inhaltlich? Inhaltlich schon, es ist sehr, sehr viel unterhalten und also wer jetzt hofft, es wird ein überdimensional langer Last Samurai Film mit ganz vielen Gefechten und allem drum und dran. Es gibt Gefechte, aber zumindest... Es gibt auch ordentliche Gefechte, also da ist schon auch Action drin, aber es gibt auch wirklich ruhige Minuten, wo miteinander gesprochen wird und interessanterweise da aber tatsächlich auch nicht, finde ich, so wie wir die westlichen Gespräche, also im westlichen Westraum kennen, sondern alles sehr in Bildern, durch die Blume, durch Beispiele. Also nie direkt, was man ja so ein bisschen auch mit der japanischen Kultur, zumindest der älteren japanischen Kultur, was ich so als Laie damit auch so ein bisschen verbinde. Ja, also das hat tatsächlich irgendwann dazu geführt, man könnte meinen, es wird einem irgendwann langweilig, aber das hat für mich tatsächlich dazu geführt, dass ich das total spannend fand, denen zu folgen, weil man sich ja als Zuschauer dann auch eben immer fragt, welche versteckte Bedeutung da vielleicht noch dahinter steckt. Also was hat es für diese Situation, die wir jetzt so hier gesehen haben, mit all diesen verschiedenen Parteien, die all diese verschiedenen Dinge wollen und in genau dieser politischen Situation, in der sie gerade stecken, was kann dieses Gespräch noch bedeuten? Das fand ich dann irgendwie faszinierend. Ja, das haben sie gut gemacht, aber wie gesagt, also in den ersten sechs Folgen, das ist eigentlich keine große Action, das könnte vielleicht auch einige abschrecken, aber ja, die Unterhaltungen... Naja, also es gab ja schon, ich meine, wir spoilern ja schon ein ganz kleines bisschen, oder? Ja, denke ich mal. Ja, ein bisschen schon. Wo gab es die Kanonen? Ja, also als sie dann zum Beispiel die Stadt verlassen haben und der Mann, der Ehemann, ich sage immer, wenn ich jetzt von, nicht von Namen warte, der Ehemann von Mariko, als der sich da so quasi ins Gefecht gestürzt hat, ja, also das zum Beispiel fand ich schon auch eine Kampfszene und aber auch die Szene, als dann zum Beispiel der vermeintliche Feind, ja, also als die andere Macht jemanden geschickt hat als Bote und es da zum Kampf kam, ich finde, das war auch schon ein bisschen Action und war auch sehr blutrünstig, dachte ich so auch, okay, wow. Ja, aber es ist natürlich nicht so, da hast du schon recht, es ist jetzt nicht irgendwie der stilisierte Schwertkampf oder so, also das ist es nicht, aber ich glaube, das war ja auch nicht realistisch. Und was man auch nicht vergessen darf, ist, wenn man hört Samurai oder so, da denkt man immer so, ja, wow, das sind irgendwie hier die Hyperkrieger oder so, aber dass eben die Leute eigentlich nichts anderes als Fürsten waren, die eben ihre Bauernhöfe und das Land, das dazu gehört hat und die Vasallen, die sie gehabt haben, verwaltet haben, das vergisst man halt oder vielleicht weiß man das auch gar nicht. Vielleicht ist das für den einen oder anderen tatsächlich was Neues. Also das waren nicht alles irgendwie Militärgenerele oder so, sondern im normalen Leben, ich sag mal Anführungszeichen, im normalen Leben waren die halt, gehörten die halt einer Elite an, vermeintlich einer adeligen Elite und die haben genauso wie auch in Europa dann eben ihre Länder und Fürstentümer und was nicht alles verwaltet und hatten ihre Gefolgsleute, denen sie dann auch Land zugesprochen haben etc. etc. Und das alles siehst du ja auch, nur eben in Japan statt in Europa. Also so das geschichtliche, der geschichtliche Aspekt ist hier wirklich riesig und hat mir auch unheimlich viel Spaß gemacht, gerade auch nur mal ein paar Sachen nachzulesen, wo man gedacht hat, weiß ich gar nicht mehr, ob das wirklich so war, ist das wirklich so gewesen? Und das sind so Serien, das macht mir auch richtig Spaß, die dir so einen kleinen Kick geben und sagen, hopp, jetzt schlag mal nach, falls dich es natürlich interessiert, um dich einfach auch ein bisschen, ja ein bisschen tiefer in die Materie rein zu begeben. Aber bleiben wir von dem geschichtlichen Aspekt jetzt mal etwas weiter weg und konzentrieren uns auf den wirklich tollen Cast. Fangen wir mit Blackthorn an. Cosmo Jarvis. Ja, und jetzt werden mich alle schlagen, aber ich muss den kennen. Ich kannte den nicht, es tut mir leid. Ich auch nicht. Woher kennt man ihn? Der macht auch Musik. Okay, das hilft mir jetzt nicht viel weiter. Ich wusste das auch nicht, weil ich kannte das Gesicht, aber ihn selbst dachte ich, ich kann dich nirgendwo groß einordnen und habe dann ein bisschen nachgeguckt und habe gesehen, oh, der macht auch zum Beispiel Musik. Wir haben meine absolute Peinlichkeit gerade auf Band aufgenommen. Cosmo Jarvis hat Wentworth gespielt in der Neuverfilmung von Persuasion. Ich hätte es wissen müssen, ich bin ein riesengroßer Austin-Fan. Mein Lieblingswerk von Austin ist Persuasion. Aber die Neuverfilmung, die Netflix von Persuasion gemacht hat, hasse ich. Ich finde die ganz, ganz schrecklich. Deswegen habe ich mir wahrscheinlich auch nicht gemerkt, dass er den Wentworth gespielt hat. Aber er hat den Wentworth gespielt. Ich müsste ihn also kennen. Verdammt nochmal. Ja, gut, aber also kenne ich ihn doch. Okay, was sagst du zu ihm als neuer, oder naja, nö, nö, ne Chamberlain-Ersatz würde ich jetzt jetzt sagen. Als neuer Blackthorn. Also, ich war mir tatsächlich bei ihm erstmal gar nicht so sicher. Denn ich habe irgendwie so diesen überallmächtigen Chamberlain vor meinem inneren Auge. Der aber fand ich damals auch nicht so richtig in diese Rolle des Seefahrers passte. Chamberlain, finde ich, hatte immer sowas distinguiertes Erhabenes. Und das wiederum hat Blackthorn nicht. Also, der ist schon ein einfacher Seemann. Bisschen rüpelhaft und so weiter. Also, das merkt man schon. In der Beziehung fand ich ihn eigentlich ganz glaubwürdig. Ich habe mich dann sehr schnell an ihn gewöhnt. Also, ich habe die erste Folge gebraucht, bis ich mich so ein bisschen an ihn gewöhnt hatte. Aber dann war ich, ja, war ich an Bord sozusagen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wie fandst du ihn denn? Was war dein erster Eindruck? Ich wusste mit ihm am Anfang auch nicht wirklich groß was anzufangen, wie ich ihn einordnen kann. Und zwischendrin, muss ich auch zugeben, hat er mich echt genervt. Da hat er mich eher so an ein quengelndes Kind im Supermarkt erinnert, das halt nicht die Süßigkeiten bekommt, die es jetzt gern hätte. Und ich dachte mir auch, dieses rüpelhafte Halt. Und ich meine, du bist da ausgeliefert. Und die kochen Leute. Ja, das war auch krass. Gleich in der ersten Szene. Ja, ja, ja. Da würde ich doch mein Mundwerk wirklich etwas in Zaum halten, wenn es da Leute gibt, die das verstehen. Das fand ich so ein bisschen komisch. Es entstehen natürlich ein paar Situationen, die wirklich auch lustig sind. Weil die Japaner ihn ja auch nicht verstehen, wenn nicht übersetzt wird. Und da gab es ein paar Sachen, da habe ich echt geschmunzelt. Aber manchmal dachte ich mir, oh komm, die macht dich kalt. Du hast es doch gesehen. Die zucken da nicht mit der Wimper. Die machen dich einfach kalt. Da würde ich jetzt echt mal ruhig sein. Aber ich habe mich mit ihm nicht arrangiert, aber ich habe mich an ihn gewöhnt und in gewisser Weise auch lieb gewonnen tatsächlich. Ja, ich finde auch, dass der schon auch eine Entwicklung tatsächlich macht. Also eine interessante Entwicklung. Was ich ganz gut fand, ich fand ganz gut, am Anfang haben sie ihn schon, finde ich, sehr passend eingefangen. Während man bei der Originalserie, also bei Chamberlain in den 80ern, finde ich immer so ein bisschen den Eindruck hatte, da ist jemand Intelligentes, der hat irgendwie eine Schulbildung genossen oder so. Finde ich, hat man hier schon gemerkt, ja, das ist halt der einfache Seefahrer. Ich meine, wer ist denn zu See gefahren? Ja, um Hand aufs Herz. Also die hatten alle die Weißheit nicht mit Löffeln gefressen. Und dass der jetzt ja auch nicht der superintelligentste ist, ich finde, das wurde am Anfang schon ganz gut dargelegt. Aber er hat eine gewisse Bauernschleue, natürlich auch durch seine Erfahrung eben als Seemann. Und versucht es ja auch so ein bisschen zu tricksen. Und gleichzeitig aber, es ist 1600, also es ist ja wirklich auch das Mittelalter, das darf man ja nicht vergessen. Und Mittelalter, gut, es war London, wo er herkommt. Also das ist zumindest eine große Stadt. Also da hat er vielleicht noch ein bisschen mehr Horizont als andere. Aber grundsätzlich, ja, also wissen wir ja, wie es im Mittelalter abgegangen ist. Und deswegen finde ich es so spannend, dass sie ihn eben so am Anfang präsentiert haben. Inklusive seiner schon fast fanatischen Ansicht, was Religion angeht. Denn er kommt ja dann auch in Berührung mit Portugiesen und spricht sich ja absolut gegen sie, gegen den Katholizismus aus. Und da habe ich kurz gestockt, weil ich dachte, Moment, man ist doch auch katholisch. Nein, er ist anglikanisch. Das ist ja nochmal special sozusagen. Ja, aber und das fand ich auch so krass. Ich so, jetzt wirkt er doch relativ normal und dann rastet er so aus, wenn es um Religion geht. Aber ich meine, das ist halt das Mittelalter. Die sind so erzogen, ja. Und das fand ich schon sehr, sehr schön. Also sie haben einen schönen Rahmen für ihn geschaffen. Und aus dieser Basis heraus entwickelt er sich eben durch die Erfahrungen, die er macht dort in Japan. Und ja, auch mit dieser ganz anderen Welt. Und man hat ja sowieso das Gefühl, ich finde diese Welt ist so ein bisschen zeitlos für mich persönlich. Was natürlich auch daran liegt, dass ich keine Ahnung habe, wie zum Beispiel jetzt auch die verschiedenen Kleidungsstücke und so weiter. Oder auch Werkzeuge und Häuser und so, wie das dann im Mittelalter war. Also für mich hätte das auch 18. Jahrhundert sein können. Also das ist so ein bisschen so, ja. Also so, ja, zeitlos eben. Ja, also John Blackthorn. Wir haben ihn über den Verlauf der Serie lieb gewonnen. Aber wenn ich von vornherein toll fand, war tatsächlich Yoshi Toranaga, gespielt von Hiroyuki Sanada. Und den kannten wir beide. Ja, man muss auch wirklich sagen, er ist das Zugpferd der Serie. Also wenn du Werbung siehst, siehst du ihn, weil ihn kennt man. Und ich meine, er hat sich über Jahrzehnte ja einen riesen Ruf erarbeitet, zu Recht übrigens auch. Lustigerweise kenne ich ihn fast nur, also wenn ich an ihn denke, denke ich an ihn fast nur immer in seiner alten Version. Also es gibt ja auch jüngere Varianten von ihm, so ohne Schnurrbart und ohne Bärtchen und so. Aber immer wenn ich an ihn denke, denke ich an ihn irgendwie als etwas älter. Vielleicht, weil das die Rollen waren, wo er mir dann auch richtig so aufgefallen ist. Aber ich meine, er hat ja alles mögliche gemacht. Gut, John Wick, okay, ja, geschenkt. Also er hat es geschafft, so ein bisschen den Spagatz zwischen einem Riesenstar in Japan und eben aber auch so ein bisschen Ausflüge nach Hollywood zu machen, ja. Er war in Bullet Train mit dabei, Mortal Kombat, Westworld. Nicht immer große Rollen, aber trotzdem überzeugend. Avengers habe ich sehe hier noch, ach und alles mögliche an verschiedenen Hollywood Filmen. Also noch und nöcher, 47, The 47 Ronin. Ja, wobei ich sagen muss, also er ist glaube ich auch einer der Schauspieler, der irgendwie nicht altert. Also wenn ich mir ihn in Last Samurai angucke und jetzt hier, du siehst es zwar im Gesicht schon, aber ansonsten, also ein bisschen Veränderung ist schon da. Ja, aber ansonsten ist das gleich. Und ich finde es mega, dass er so einen guten Lauf hat, weil das ein wirklich erstklassischer Darsteller ist. Also der macht, der macht so viel Spaß als Torunaga und egal, also ich meine, Saneda, der kriegt es hin. Das ist auch bei John Wick was, wo ich wirklich fasziniert bin. Das sieht nicht so aus, als ob er läuft, als ob er schreitet, sondern als ob er immer so leicht schwebt. Würdevoll betritt er den Raum und egal was passiert, würdevoll geht er wieder raus. Das ist Wahnsinn. Das stimmt, ja. Und da hat dann, finde ich, er hat auch immer so eine ganz bestimmte Haltung in diesen Kimonos. Ich finde, der sieht immer sehr, sehr herrschaftlich irgendwie aus. Also er strahlt auch, und ich finde, er strahlt auch Autorität aus. Und das wird natürlich durch dieses, ja, und aber durch natürlich auch hier die Optik nochmal unterstrichen und so. Also er macht mir wirklich sehr viel Spaß und wie gesagt, du hast schon recht, er ist das Zugpferd der Serie. Mit ihm wird auch sehr, sehr viel auch gerade in Asien geworben für diese Serie. Und womit zurecht, sage ich dazu nur. Ja, also er hat zum Beispiel auch, das fand ich ganz interessant, auch viel über die Hintergründe und die Entstehung der Serie gesprochen. Also sie mussten extra kämpfen lernen. Also eher nett, aber er konnte es ja schon. Ja, ich meine, seit 65 ist er im Fernsehgeschäft unterwegs. Und ich glaube, locker 30 Jahre davon in Historien, ich sage mal in Anführungszeichen Historien schinken, japanischen Historien schinken. Also der wird das eine oder andere Schwert schon mal geschwungen haben. Aber halt auch Reiten und alles drum und dran, was er da so ein bisschen erzählt hat, das fand ich auch schon, das fand er auch schon mega. Und dachte noch, ich hoffe halt, dass er noch mehr Rollen kriegt. Ich sehe, also bei ihm kann ich mich wirklich nicht satt sehen. Und als Fürst finde ich auch, der macht es mit einer Ruhe und Erhabenheit, da kniest du schon fast vom Fernsehen nieder und sagst, mein Herrscher. Er hat aber auch noch ein paar andere Schauspieler an seine Seite gestellt bekommen, die ihm auch durchaus das Wasser reichen können. Also er spielt sie nicht alle an die Wand und das will auch was heißen, ja. Unter anderem haben wir da eben Anna Savai, die Toda Mariko spielt, die ich tatsächlich in Monark gesehen habe, wo sie aber eine komplett andere Rolle gespielt hat und ich sie fast gar nicht erkannt hätte. Und ich finde, die hat auch eine enorme Präsenz dafür, dass sie gar nicht so viel spricht in vielen Szenen mit ihm zusammen. Finde ich, ist die neben ihm einfach, die Energie ist einfach die gleiche, also die matchen sich irgendwie. Das finde ich gut. Weil man hat ja, ich finde, man erlebt öfters mal, wenn du so eine, ich sag mal so eine Rampensau neben dir hast, ja, dass schon alleine von der ganzen Pose und die Energie, die ausgestrahlt wird und so, da gehen viele nebendran unter. Und ich finde, sie passt es aber, sie schafft es irgendwie so sehr still in sich gekehrt zu wirken, aber trotzdem diese Energie auf die Leinwand zu bringen. Das finde ich großartig. Ich bin auch gerade eben nochmal kurz durchgegangen, mir ist tatsächlich auch keiner aufgefallen, der irgendwie bei diesen vielen Charakteren, und es sind wirklich viele, irgendwie hinten runterfällt. Oder wo man sagt, naja, gut, da hätte da vielleicht jemand anderes daneben sollen, weil alle haben ihre Daseinsberechtigung und alle spielen wirklich hervorragend. Also ich finde auch nicht, wie du schon gesagt hast, da ist keiner dabei, der dem einen das Wasser abgräbt oder sich dann eher ins Zentrum rutscht, sondern selbst die Personen und gerade die eigentlich, die so ein bisschen im Hintergrund sind, machen das auch nochmal wirklich hervorragend und runden das ganze Ding richtig schön ab. Also du hast schon insofern recht, es sind relativ viele Figuren, die am Anfang eingeführt werden. Man findet sich dann, ja, nach ein paar Folgen zurecht, aber am Anfang war ich auch so ein bisschen, Moment, war das jetzt der Sohn oder der Neff? Weißt du, so, also so höh. Das einzige Problem ist, hab ich dann tatsächlich mit den Namen, weil ich den Namen mir als nicht merken kann. Ja, 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 ja. Also wir müssen auch hier einmal kurz ab, bitte, ablegen. Wer weiß, wie richtig oder falsch wir sie jetzt ausgesprochen haben. Wir haben uns zumindest bemüht, sie richtig auszusprechen. Eine weitere Figur, die mir sehr gut gefallen hat, war tatsächlich Jabu, also Talano Buasano, der, ja, diesen, ja, Vasallen spielt, der so ein bisschen ein doppeltes Spiel spielt. Man kann ihn so schlecht einordnen. Ist er jetzt auf Toranagas Seite oder nicht? Also am Ende natürlich versucht er das Beste für sich rauszuholen, aber der ist, den finde ich eigentlich ganz lustig. Der hat so ein bisschen so ein Comic Relief Element ist der in der Serie, aber gleichzeitig kriegt er trotzdem eine gewisse Tiefe. Also es ist auch wirklich sehr gut alles geschrieben. Du hast nicht nur Figuren, die nur böse sind oder die nur gut sind, sondern die sind alle extrem kompliziert und das wird auch wiedergegeben in der Geschichte. Das finde ich wirklich spannend. Dass es da, glaube ich, keinen einzigen gibt, selbst bei aller Ehre und sonst was, wo nett in die eigene Tasche arbeitet. Also Blackfond sucht sich ja auch genau, genau, der weiß ja, was er will. Genau, ja, und Mariko ist genauso und auch Blackfonds Frau ist genauso. Jeder arbeitet irgendwo auf gewisse Weise, trotz Wahrung der Tradition, auf seinen Vorteil hin. Was ich noch sehr interessant fand, war, dass tatsächlich aber auch so ein bisschen versucht wird, also es wurde versucht zu zeigen, dass es natürlich trotz allem auch einen starken Unterschied gibt, nicht nur zwischen zum Beispiel adelig und nicht adelig, also dem Gemeinvolk und Toranaga zum Beispiel, sondern auch zwischen Männern und Frauen. Wir haben die Perspektive natürlich durch Mariko, die eben bestimmte Dinge auch versucht, Blackthorn zu erklären. Also sie spricht ja eben von diesem achtfaltigen Knoten. Ich weiß gar nicht, wie der ins Deutsche übersetzt worden ist. Zaun. The eight falling knot sozusagen. Faltige Zaun, glaube ich, war's. Ah, danke. Also auf jeden Fall eben, ja, Zaun würde auch Sinn ergeben in dem Zusammenhang, hinter dem man sich zurückzieht und quasi im Stillen leidet und seine Traumata dahinter eben versteckt, um nach außen den Schein zu wahren und nur das Gesicht nicht zu verlieren. Oder aber zum Beispiel auch die Geschichte, wo es darum ging, dass sie einmal eintauchen in die Bordelle, also die Teehäuser, was ja nochmal eine ganz andere Welt ist und dann natürlich aber auch die Geschichte, weil es geht ja um politische Intrige und Machtmissbrauch und Manipulation und an sich reißender Macht und so weiter mit der Ehefrau oder eigentlich ja der Witwe des verstorbenen vorherigen Shoguns, da eben auch der Titel Shogun ist im Grunde der oberste militärische Herrscher. Also es ist quasi, es ist nicht das Gleiche wie ein Kaiser, aber es ist also vergleichbar. Und ja, und da wird uns ja auch gezeigt, wie sie eben ihre Intrigen spinnt und auch sagt selbst, dass man als Frau eben keine andere Chance hat. Und das fand ich auch noch ganz interessant, muss ich dir ganz ehrlich sagen, diesen Aspekt. Also das ist immer nicht nur um die Männer ging die ganze Zeit. Ja, aber man kann jetzt auch nicht sagen, finde ich, dass die Frauen jetzt irgendwie nur ganz auf die Kinder- und Haushaltsrolle zurückgedrängt werden, auch wenn es manchmal so aussieht, aber gerade diese Szene, wo er endlich seine zwei Pistolen wieder kriegt. Ja, toll, tolle Szene. Und die Gesandten zu ihm sagen, er soll die Waffen weglegen und er sagt erstmal nein und dann gibt es sie aber seiner Frau und seine Frau zieht dann die Knarre und sagt dann, verschwindet. Das fand ich sehr, das war richtig toll. Also das war wirklich imposant, das war Power und du hast auch gesehen, also die würde abdrücken, obwohl sie dann nicht leiden kann. Also zumindest am Anfang nicht. Aber das fand ich auch so dieses, ja, wir sind zwar etwas, jetzt nicht im Abseits, aber wir sind zwar etwas abgesondert, aber auch wir haben Power und die lassen wir euch spüren, wenn wir können. Das fand ich wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir auch richtig gut gefallen. Also Mariko sagt einmal, das war glaube ich auch im Trailer drin, sagt einmal zu Blackthorn, dass er sich nicht von den Ritualen und den Gesten, die er jetzt, deren Zeuge er wird, täuschen lassen soll. Nach außen hin haben sie eben viele Regeln und Rituale und Traditionen, die sie befolgen müssen, aber innerlich finden Kämpfe statt und da stürmt es sozusagen und da ist was los. Und das wird eben durch solche Szenen immer wieder deutlich. Ja. Also alles sehr, sehr, wirklich sehr interessant. Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, mein persönliches Wochenhighlight. Es gibt ja manchmal so Serien, wo man die einen irgendwie so begeistern, dass man sich von Woche zu Woche sozusagen, also in diesem Fall kommt es immer Dienstag raus, ich schleppe mich von Dienstag zu Dienstag, ja, und freue mich schon, ach heute ist wieder Dienstag, vielleicht hebe ich mir die Folge auch heute Abend auf, wenn ich dann irgendwie den Stress der Arbeit hinter mir habe und dann setze ich mich schön hin mit einem Weinchen oder was und dann gucke ich die neue Folge schon gut. Also es ist echt mein Wochenhighlight, das ist aktuell. Es ist vielleicht ein bisschen traurig, dass das mein Wochenhighlight ist, aktuell. Nichtsdestotrotz macht es mir richtig, richtig Spaß. Also ich bin wirklich begeistert und ich finde, die Serie steigert sich auch von Folge zu Folge. Es ist immer, für mich ist es immer besser geworden. Und das will auch was heißen, weil das ist heutzutage auch nicht mehr so üblich, finde ich. Oft ist es ja so, dass du irgendwie das Gefühl hast, in der Mitte angekommen, ist die Serie irgendwie auf ihrem Höhepunkt angelangt und dann nach hinten raus irgendwie verliert es wieder an Kraft oder so. Ich finde, viele neue Serien haben so ein bisschen Probleme mit dem Rhythmus und dem Pacing. Aber bisher fand ich das hier in der Serie alles super. Ich bin kein Freund von wöchentlichen VÖs mehr. Das hat sich irgendwann einfach erledigt. Okay, also du willst es am Stück sehen. Nein, ich will selbst entscheiden, wann ich weitergucke. Ich will sagen, okay, weil es wirklich viel ist und man muss das Ganze auch ein bisschen sacken lassen. Also das ist nichts zum Durchspinchen, da wird euch der Kopf explodieren wahrscheinlich, weil das halt auch wirklich viel ist. Aber ich bin so der Fan von, ach Gott, also bei Schukun waren es zwei Folgen, wechseln Tag wieder und so weiter. Aber dieses wöchentlich Warten, ich vergesse es dann nämlich auch nicht. In diesem Fall ist es aber tatsächlich so, diese einzelnen Folgen geben so wahnsinnig viel her. Man könnte da problemlos einen Recap-Podcast machen, denn es ist einfach, es passiert einfach, finde ich, in jeder Folge so, so wahnsinnig viel. Das ist, ich habe auch zwischendurch mal, die haben dann schon ganz viel erzählt und man denkt so, jetzt ist die Folge bald zu Ende und ich gucke dann auf die Folge und sehe 30 Minuten noch. Ich so, was wollen die denn noch alles erzählen? Also die packen da wirklich auch ganz viel Inhalt rein, aber es fühlt sich nicht überfrachtet an oder so. Also das passt für mich wirklich alles super zusammen. Ich finde die Charaktere spannend, die Schauspieler sind großartig. Das Setting ist toll, das Pacing ist super. Das Produktionsniveau ist super, super hoch. Also ich bin von vorne bis hinten komplett begeistert. Plus es gibt einen kleinen Extra-Bonus, weil du gesagt hast, dass Hiroyuki Sanada auch darüber erzählt hat, wie es denn bei den Dreharbeiten war und so weiter. Es gibt einen begleitenden Podcast, in dem die ganzen Leute, vor allen Dingen die Leute, die im Background arbeiten, eben über die Dreharbeiten und so weiter erzählen und den gibt es auf allen gängigen Plattformen, allen gängigen Podcatchern, aber auch auf Disney selber. Wenn man bei Disney Plus auf weitere Details oder wie es heißt da irgendwie geht, dann sind da auch die Folgen eingestellt. Das heißt, da kann man die sich auch anhören. Und das ist natürlich Englisch, klar, aber das kann ich sehr, sehr empfehlen. Der ist wirklich sehr, sehr gut und das macht so viel Spaß, weil du eben merkst, dass die Leute, die da dran arbeiten, sich da richtig Herzblut reingesteckt haben. Es gibt zum Beispiel eine Folge, wo sie sich so ein bisschen darüber unterhalten, was für ein Japanisch da gesprochen wird in dieser Serie, denn die sprechen kein Alltagsjapanisch, so wie man es heute spricht, sondern die sprechen tatsächlich ein formelles Japanisch, wie es im 16. Jahrhundert gesprochen wurde, an den Höfen in Anführungszeichen. Und das ist nochmal ein ganz anderes Japanisch als das von heute. Und dann haben sie halt erzählt, also sie haben das dann irgendwie übersetzen lassen und dann ist es zurückgegangen und dann ist es an einen Spezialisten gegangen. Der hat aber nur die und die Vorlage gehabt und dann hat er das direkt von der Vorlage übersetzt und so weiter und so fort, damit sie halt am Ende das bestmögliche Ergebnis haben. Und allein, dass die so einen Rissen Aufwand gemacht haben, das, finde ich, zeigt schon einfach, wie viel die richtig machen wollten mit der Serie. Ein ganz langer Monologe, entschuldige bitte. Nee, alles gut. Kann man gleich als Fazit durchgehen lassen. Ja, finde ich auch. Nee, ist wirklich so. Also ich bin auch absolut begeistert. Ich hatte auch die Tage schon gelesen, dass es das Gerücht gab, es gäbe noch eine zweite Staffel, wovon ich bitte, auch wenn ich den Schluss, Klar, man kennt den Schluss, aber man, das muss man dann nicht bis zum, bis nichts mehr geht, ausquetschen. Ich finde, eine Staffel ist ein, das ist ein monumentales, ja, ich würde schon sagen fast Meisterwerk. Ja, die Geschichte ist in sich abgeschlossen, das sehe ich genauso. Eben, da steckt so viel Liebe drin, die Schauspieler geben wirklich alles, das macht unheimlich viel Spaß. Ich kann es nur empfehlen, ich hoffe, ich hoffe wirklich, sie bringen sie tatsächlich vielleicht raus. Die würde ich nämlich sofort kaufen. Ja, definitiv, da wäre ich auch dabei und ich hoffe auch, dass es wirklich ganz, ganz viel gestreamt wird und dass sich das Geld, das sie in die Hand genommen hat, haben dann auch wirklich lohnt, denn das war mit Sicherheit nicht billig. Nee, also die, was ich gelesen habe, ist wohl tatsächlich, dass es die, also die Streaming-Ergebnisse haben sie nicht preisgegeben, aber es wäre wohl mit einer der besten Starts gewesen bei Disney Star. Ja, wunderbar, das freut mich auch. Freut mich auch und dieses Produktionstim kann sich dann gerne etwas anderen widmen. Da würde ich natürlich auch reingucken. Also an Stoff, ich wollte gerade sagen, an Geschichten, glaube ich, also Geschichten gibt es da draußen genug. Ja, wunderbar, sehr schön. Dann sind wir ja, ich freue mich, dass du auch so begeistert bist. Ich freue mich immer, wenn jemand genauso begeistert von etwas ist, von dem ich begeistert bin. Ich finde, es ist immer so enttäuschend, wenn man dann mit Leuten redet und die sagen, ja, ich habe es gesehen, ich fand es aber irgendwie doof. Ja, und deswegen, also ich hoffe, ihr habt auch einen Spaß da draußen. Gibt der Serie eine Chance, ihr habt es verdient. Uns gibt es überall, wo es Likes gibt, kommentiert, liked, teilt. Ich bin raus. Ich sage schon mal Sayonara. Und dann darf die liebe Britte-Marie bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss, ihr Lieben. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir in der Redaktion des TeleStammtisch betreiben ein semiprofessionelles Podcastprojekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso froh locken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi.